Was war das grad? Ein fliegende Schwarz? Eine fliegende Kuh? Die muss man gleich töten? NOOOOOOUN! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Galaxy Megagolem zuckt. Und heute stelle ich ein Mod vor und zwar Atta 2. Also Atta kann man es nennen, aber Atta hört sich irgendwie besser an. Hier seht ihr schon, mit einer Textur sieht hier alles anders aus. Willst du einen Dungeon erzwingen? Nee. Nein, das ist voll unnötig. Da stand doch mal Kahn und dahinter Ausrufezeichen. Ja, dann spielen wir mal hier in der Welt. Da habe ich schon eine gemacht. Ich habe nur mein Haus gebaut und sonst nichts. Ja, also hier bin ich hier in meinem Haus. So sieht ein Adaportal aus. Nur, also man kann es auch anders bauen, wenn man will. Also, genauso wie ein Neverportal, nur man muss halt Wasser reinsetzen. Und aus Glowstone natürlich. Und dann wird es eigentlich schon so. Und das macht komische Geräusche. Dann gehe ich auch gleich mal rein. Und hier sehen wir schon mal komische, kleine, dumme Hasen, die sich aufblasen. Hä, will der mich killen oder sowas? Oh, die droppen Faden. Faden gleich. Oha, Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Ah, blablabla, blablabla, blablabla. Ah. Beeren. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Pflanzen. Muss ich töten. Ah, die große ist viel besser. Ah, nee, ich verbringe keine Zeit mit Pflanzentüten. Ah, aber erst mal. Hier habt ihr sowas. Da habt ihr sowas. Hier habt ihr sowas. Und die Beeren behalte ich natürlich. Ich bin ein ganz netter Naturfreundi. Wow. Habt ihr das gehört? Das hört sich ja. Krass an. Nein, Spaß. Ähm, okay. Ich würde sagen, Himmelholz. Himmelholz. Ah, geil, wie die aussieht. Dann kraften wir uns doch gleich mal was. Dann kraften und kraften. Hoppala. Ich habe was vergessen. Ich wollte ja Stücke machen. Und übrigens, Leute, wenn ihr irgendwie noch ein Video oder so wollt, also wir machen eh, oder ich mache eh noch eins, aber wenn ihr da noch ein Video wollt, könnt ihr es auch ruhig in die Kommentare schreiben oder wenn ihr es gut findet oder so. Äh, findet. Ja. Und irgendwas, was ihr wollt halt. Die Musik des Lebens. Sie ist so schön. So. Als ob ich ein Held bin. Ah, schön, oder? Im Ader. Himmel. Was auch... Was war das gerade? Ein fliegender Schwanz. Eine fliegende Kuh. Die muss man gleich töten. Steaks. Blaue Schafe. Wohin. Wohin. Vier Wolle. Damit kann ich mir gleich ein Bett machen. Es ist so... Hässlich. Weg damit. Ah. Dungeon. Dungeon. Oder? 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 Ja. Yes. 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 In meinem ersten Part. Warning. You are attempting to stumble to believe. Also was soll ich drücken? Enter. Enter. Wohin. Wahoo. So. Dunkel. Was? Was ist das? Was ist das? Weiter mal kurz, Leute. Friedlich. Normal natürlich. Was ist das? Da gehe ich lieber nicht runter. Das ist so gefährlich. Ah. Ah. Wow. Ich bin ja kein Viking. Komm her, du. Komm her, du. Komm her, du. Komm her, du. Du fett, Mann. Du bist fett oder so. Ah, ich könnte Blaubeeren essen. Hey, das sind sogar Blaubeeren, oder? Kameramann. Was stand da? Blaubeeren. Äh, Beeren. Oder? Ja. Ähm. Das war keine gute Idee. Ich habe einen Steinfels geschlagen. Dieses große Ding, wo ich vorbeigelaufen bin. Und das habe ich angetippt und da war es ein Miniboss. Hört diese Musik. Da steht er. Komm nur her. Was? Nein! Ich bin sauer. What? Ah, cool, das. Wow. Eula! Eula, was machen die Kuhmänner? Oder was das auch immer sind. Komische Golem-Dinger. Eula, ich bin hier der Golem. Lasst mich! Oha. 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 Hey, kann man das abbauen? Nein, entscheid nicht. Brrrrrrrrrrrrgj. Ah. Ich gar nicht, die geht jetzt da hoch. Hier musst du doch nicht... Aha. Soll ich da draufspringen? Was? Jetzt töte ich alle mit meiner coolen Axt. Hi, jetzt rennt er weg. Yeah, ich bin halt der King. Schnell den Spawn abbauen. Nein, nein, nein. Ich hasse euch alle. Ich hasse Entbüsse. Ich wusste es. Ah, ich hab kein Schwert mehr. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du scheiß Kuh. Hey, hey, hey. Hey. Hi, Leute. Ähm, ja, ich geh jetzt nochmal zu diesem Endboss und zeig denen, wer hier der Boss ist. Ich hab mir ein neues, geiles Schwert gemacht. Moment, Attacke, 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 Attacke. Okay. Attacke, Kacke, sag ich nur. Wecken, es kommt wieder diese Kackviecher. Nein, es kommen keine Scheiß-Golems. Ja, Leute. Also, dann würde ich auch bald wieder, oder jetzt ausmachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja nochmal sagen. Und der nächste Part wird auch dann bald rauskommen. Und dieser Endboss ist dumm. Was? Das ist eine Crafting-Box. Eine Crafting-Box. Ja, und dann. Ciao. Alter. Aaaaaah!